es jetzt kommt zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy 2 wir sind hier in der vierten Welt angekommen und wir machen weiter mit der Blaumwandler-Galaxie Blaumwandler-Galaxie Dodo 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 wie eine Wolke im Wind so ich bin wie eine Wolke im Wind da la 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 so ju 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 für Mario ich lege hier baum da 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 so wir haben wir wollten Mario mir anscheinend schon mal im Spiel was ist das für ein Geräuschmann sau das war glücklich so gäbe es hier nicht irgendwie eine Kometenmünze oder sowas Wo ist die? Mach ich damit her. Ach komm schon. Gut, hier wird es aber irgendwo eine Kometenmünze geben. Warte mal. Ist hier oben noch was? Oh mein Gott. Ja. Das war ein traumhafter Fail. Hallo. Weil ich vielleicht hier oben drauf bin. Weder wohl nicht. Ach ho. So, da rechts ist so Maxi-Kraftgütz. Pff, oh mein Gott. Nein, gib ihn mir. Ich mache hier total die riskant-Aktionen. Aber wenn es doch eigentlich nur mein Leben. Wollte ich zumindest boing. Hui. Juhu. So. Boing. 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 Und noch schnell die Wolke hat dann. Boing. Okay, das gar nicht. Hey, das ist nicht mal. Ich versuche mal. Ich konnte doch eben noch. Ja, siehme. Ich wollte mich doch da eigentlich so abstoßen, weißt du. Okay, dann machen wir schon hier die Wolke. Jetzt verschwenden. Braucht ihr dafür die Wolke. Hallo, Roma. Aua. Okay. Okay. Wie komme ich jetzt hier hoch? Scheiße. Ich will irgendwie nicht wieder Wolke holen. Hui. Sternteile. Ach, komm schon. Das ist scheiße. Nun ist schon gut angeschlossen. Ändi, das. Oh, bitte habe ich noch München. 18. Ah, dem ist wahrscheinlich 30. 30, ja. Frag. Eigentlich noch. Und da weiß gar keine 30 München. Bauf ist so scheiße. Okay. Das sind bestimmt irgendwo noch Müll, Müll, Münzen. Ui. Oh, hier ist er mit. Und da ist er mit. Nein. Nein. Da ist mir hier hoch. Und da auch noch einer. Münze. 25, äh, 23, meine ich. Erzählen kann auch nicht. Ja. 24. Oh, hier gibt es auch nicht schon noch Münzen. Natürlich gibt es hier Münzen. Gott. Wie, ich schaffe das jetzt hier nicht. Komm schon. Nein. Ja. Ah. Ich habe es gegettet, meine Freunde. So. Du da. Wie gebe ich jetzt 30, äh, Dinge jetzt? Aber ja. Wahrscheinlich habe ich voll gut dran. Ding, 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 ding. Oh, das war's. Wo ist, wo ist, wo ist. Warte, ich darf schon zu fahren. Oh. Okay. Doch, ich hätte gedacht, es kommt. Ultra, die fiesen Schatten, Marios. Das ist auch der Fall. So. Ein bisschen konzentrieren hier. Aber wir haben es ja gleich. Oh, ich dachte, es wäre vorbei, wenn wir den letzten Stern einsammeln. Bitte hier ist irgendwo das Ende. Ah, ja, wer ist hier? Mein Gott. Ich habe ich überhaupt nicht gesehen. Oh, stimmt, die Animation kann gar nicht machen. Das ist ein bisschen Sinn. Okay. Gut. Ich habe es immer ein bisschen schwerer gemacht. Warum auch nicht? So. Und da haben wir auch den Stern eingesammelt. Da, 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 da. Super Mario Galaxy 2. Übrigens war ich wohl ein bisschen Spatzführein. Und da habe ich... Ich weiß ja schon, was die nächsten beiden Projekte werden. Projekte werden nach Super Mario Galaxy 2. Einen wird ein Spiel, was bestimmt keiner von euch kennt, aber ein Wii-Spiel. Ich kann euch sagen, dass es meiner Meinung nach das zweitbeste Wii-Spiel überhaupt ist. Nach Super 2-Spiel aus Brawl. Ich kann euch mal ein bisschen mehr zu stopfen. Ich weiß nicht, darum kümmert man ihn zu viert, ich stehe ich mit der Boss auf dem Schiff. Ich sage dafür einfach die Röne. Ich habe auch als... Ich habe auch als ohne Röne. So... Also... Tschüsse... Das ist eigentlich normal, finde ich. Schöp easy-spielbar. So... der Fall ist wichtig vor Ort zurück. Wir haben sehr schön. Ich würde auch mein Leben Opfer dafür. Okay. 5. Gib mir. So. Ja. 5. Ich würde auch mein Leben Opfern für so, keine Ahnung, 30 Schokurige oder so, warum nicht? 30 morgens lieben opfern liebische wert gegenzug zu 30 verbunden wieder sogar ich auch wenn ich glaube ich würde in einer freien sind ich glaube ich würde die bonbons essen und dann einfach sterben jetzt würde ich dann mit bonbons im mund sterben das wirst du bestimmt nicht haben wenn du stürzt überlegst du bist du bestimmt nicht mit bonbons im mund sterben oder du bist gerade im auto und dann kommt ein auto und du bist du bist einfach niemals im auto bonbons essen und dann weißt du dass du niemals sterben wirst du bist erst sterben wenn du bonbons auto ist das macht sehr viel sinn das ist auch sehr politisch ob ich aber egal wenn sie mehr womit aus keinem rot wo du hast es so vermaglich zwei paar münchen eingesammelt was eigentlich ja keinem wohnen rechtfertigt ist mein gut ob kürzelt hat alt ok es heißt der plan eigentlich die wahlke Nein! Scheiße. Das war äußerst klug. Das war äußerst gar nicht knapp. So. Dann ab zum nächsten Warten. Hier hin und dann immer noch hier hin und hier bleiben einfach. Voll schwer. Ja. Tschüss. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, wo ist die Kometenwürze? Würde ich gerne finden, wenn ich mich ehrlich bin. Und hoi. Ich glaube, die war hier in dem Teil. Oder ich hoffe, die war hier in dem Teil. So. Ja, ist sie. Gut. Schreib mich nach oben. Und Stern. Ich bin gerade außer. Ich mache es einfach zu Sternen gelaufen. So. Wenn jetzt keine Story kommt, muss ich eigentlich noch eine Mission machen, weil wir haben... Äh, ne. Ich muss eine Mission machen. Ein Park geht auch drei Minuten, fünf Minuten ist ein bisschen wenig. Ob wir, dass es eine kurze Mission wird. da Lammlander wird sie hundert Prozent beschlossen und das ist nur aber 8 Prozent wer ist irgendwo ein Landeck erscheint der Energie nicht zu erreichen weil Blablabla dann gehen wir in Die Wuchtwipfel-Wallax-Wie. So. Ich hoffe, dass das schnell geht. Ich glaube nicht. Schade. Luftig lockerer Blase-Balk-Berge. Ja. Nein. Ja, es ist die Rutsche. Wuhu. Das ist nicht die Rutsche. Nee, das ist doch nicht die Rutsche. Weil die Super Mario ist ja eins. Die Rutsche. Ach, das ist die Rutsche, oder? Egal. Da. so gibt es doch bestimmt um wo mann wäre die sternteile sollte ich immer singen habe ich die musik immer so schön oder sie mit münchen oder er hat er hat ach ich muss durch also anscheinend und hier haben wir schon so eins und hier haben wir 1 1 und das hier drin nein das war auch mal wieder knapp und das ist ja ich weiß dass du das war knapp ja das ist ja das nenne ich ein Pfeil so ich seh nix, dankeschön nein so da 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 so sehr schön, das funktioniert so sehr schön ich hätte jetzt schon fast daran schadenkassiert, das wäre ja nicht so schön gewesen, ne? oh man hört schon das Stern des Sterns und dann würde ich sagen, war es das von der Folge Let's Play Super Mario Galaxy 2 wenn es euch gefallen hat, lasst doch einfach mal eine Postwertung da, wenn ich ein Negativ sagt warum und tschüss